Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, dich meine ich. Dich, genau dich. Und schön, dass du eingeschaltet hast. Warum? Weil ich an euch Geld verdiene. Denkt doch nicht, dass ihr zum Spaß hier bei mir auf der Supertalentbühne seid, oder? Mir ist völlig egal, wer der Erste, Zweite oder Dritte wird, ob ihr tanzen könnt oder Ballett macht. Hauptsache, ihr macht euch ein bisschen lächerlich. Fernsehen ist korrupt. Ganz korrupt. Aber es ist immer wieder schön zu sehen, wer darauf reinfällt. Viel Spaß beim Supertalent. Nichts, wenn ihr das da seid. cookt, ihr CP-2 ist das das Sitzende. Und das ist das Sitzende. Aber und dann, wenn ihr das da seid. Aber ich bin natürlich das da seid. Und ich bin nur ein bisschen interessanter. Das da seid nicht, das ist mir geholfen. Untertitelung des ZDF, 2020